Hallo Andreas. Hey Dirk, komm rein. Du wolltest mich sprechen. Ja. Sag mal, wusstest du eigentlich, dass die Polizei an der Friedrichstraße Ecke Kochstraße Überwachungskameras installiert hat? Genau auf deiner Linie. Aha, ja kann sein. Und? Ja, dann guck dir das mal an hier. Du wirst verstehen, dass ich nach dieser Sache eine Erklärung von dir erwarte, hm? Ja klar, du, aber da konnte ich nicht anders. Die Alte sah meiner Schwiegermutter dermaßen ähnlich. Nicht anderen, der hat die Sache ja geklärt. Geh mal einen Kaffee trinken. Ja. Aber du zahlst. Ja. Du, ich kann das total nachvollziehen. Hin zu meiner Schwiegermutter. Da steht die vor einem. Geh mal einen Kaffee trinken. Ja. 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 Geh mal einen Kaffee trinken.